Hallo und herzlich willkommen zu einer Seite. Ich wollte zwei Spontane. Ich wollte zwei Spontane. Und das schon immer so, wie es doch geschaut. So. Wie gesagt, wieder alle Spontane. Gott, ich merke, dass auch der Hübser für die Service sind. Dass wir sich nicht mehr aus und da. Nein, ich bin nicht da. Ich nehme das auch so. Doc, come on, man! Manik! Dominate! Ich habe hier Hunger. Ich habe hier Gebrauch. Ja, ich habe hier Angst. Wenn ich nicht in der Hand bin, kann ich jetzt nichts mehr davon kommen. Jetzt bekomme ich das. Das ist ein Diktum. Ich habe hier Angst. ein schweiz bei ein medic oder nicht als mädchen als mädchen mal mehr so so gucken wir mal was da oben wieder los ist ey, Hunger! Was? Da ist doch der Skype-Konfer rausgegangen. Was? Ich bin ja nicht aufgespielt. Ich bin ja nicht aufgespielt. Du bist schon nicht wieder aus. Du Metzer! Medic! Ja. Nein, ich bin da ja heilt, Tante. Ich hab grad festgestellt, dass ich viel zu Läuse war. Aber jetzt bin ich ja ganz normal. Und dann gehen wir mal los, Hunger, ne? Na, wie backe ich denn hier rum? Kommen wir der RTD hier? Ah, aber das geht ja nicht schade. Irgendein anderer benutzt das grad. Hallo Sniper! So. Ja, ich komme! Ich mach den Sound hier auch nochmal kurz fleißig, ne? Ähm, da. So, so dürfte es eigentlich passen. Nein, keine random Treffer. Sind zwei. Ach. Ihr habt mich nicht gesehen. So, geh dich hier mal irgendeiner lang, bitte. Oh. Wir sind jetzt nicht verkocht. Oh, wir sind jetzt. Wir sind jetzt mal aufgerissen. Wir sind jetzt umschloss, wenn wir die Kanzler in den Platz haben. Oh, wir sind jetzt umschloss, wenn wir das, wenn wir das machen. Und wir sind jetzt mal aufgerissen. Schleife die Welt nicht mehr da fünf Leute da wir sind alliät bis zur Hunger noch Medica sehr rumlaufen so da ich habe mich Prozent aber Kontrollpunkt Prozent 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 Jahr Guck mal hier mal aus dem Fenster was hier so abgeht nicht sehr viel also schon viel aber die Gegner nicht dachte bei uns also es dauert ihn ist gerade echt ziemlich ich habe natürlich hatte vor allem die zweiten als er einfach die Nürnberg dass ich noch machen kann das ist das nur wichtigste was man machen kann es gab Prozent das wieder zu man sieht das ja erst mal alle Klassenspläne alle weiter bleiben das sind für die Pläne jetzt also ich bin schon lustig Prozent wie das schon gesehen ich spreche hoffe ich heißen Teleporter komm ich aber nicht hoch ohne RT wenn wir es auch nicht viel weil ich bin ich nicht sicher bin dann machen die knapp und hier kalt also die man auch mal so selbst hin und sagen die guten Tag und da kämpft sich ein ja ich hatte es verschwindet ich wusste nie über das war von okay ja bin ich auch für die Idee beuert mich naja scheiß Kitty so naja gut ja not apyrus unfassbar na los ja sind irgendwie so wenig leute woche wo ich ohne aufnahme gespielt hat waren da viel mehr aber jetzt kämpfen sie alle hier ja ich komm aber ich gut finde dass jeder alle meine freunde in meinem team sind vorigen was macht er höchst und bald so gut ist geliebt es mir egal ob jetzt das irgendeine freundlich sind wir kennen es sind die und damit hat sich zwar mit anderen geheilt aber ab das war so blöd das gleiche merkt na gut äh wo ist er denn wo ist er denn wo ist er denn da ja da war es nicht mehr wo ich habe mit dem Klinik Ende das war ja auch mein Gott noch die Idee Prozent ein Junge sich das nicht doch immer in Ruhe münden nein ich bin nicht da so falsch da ist du ein Wort hat nur waren wo er wusste er das ich hole ihn jetzt ich finde auch lustig dass hier einige der afk sind deswegen gucke ich auch immer mehr in die liste markus auf dem mantel warten wieder im moment hallo schneider aber weiß es also das hat sich dann auch erledigt und wird mir auf den nächsten ohne den zu dem typen ehr die mitte die jeweiligen eine solche ich bin nicht da ich bin nicht da nein ich bin nicht da 9 da kann ich Paras mein Gott ich denke ich dumm an wo ihr selber zu geben ist aber immer mich aufnehmen der Spielschlechter Hilfe überall Pyrus, überall Sniper naja jetzt komme ich wieder nicht da hoch ich habe mich mal jemand löscht ach so, zuerst zwei Meter Nacken so da gucken wie die ganzen Pyrus hier weg sind aber die gehen nicht so schnell weg weil es fast jeder ist fast jeder ist hier ein Pyro, Demoman oder eben Sniper Hallo doch da kommt einer so noch ein bisschen springen nicht mehr jetzt bin ich wieder ein Scott aber immer wieder heartbeat also so aber den Schatten noch das war so ein Lübschwein aber ich glaube so habe ich mich auch schon mal angestellt also ich sage mal nichts das war ein Kackschild da kann ich nicht so schnell killen da kommen lauter Leute es gibt es nicht wie oft sterben die das hier ständig jemand ist er hört er hört er hört schon ja ok warte mir mal auf den nächsten ist schon vorsichtig geworden hier woher weißt du dass das kann nicht sein wenn dann haben wir einander der in bord der woller aber wir haben nur so viele die sich da nicht beklagen bringt auch nichts ich hatte diese Waffe also wenn ich dagegen kämpfen nein 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 du siehst mich die du siehst mich nicht du siehst nicht nicht nein was was soll das ist woher wissen die es alles kann nicht sein ich bin so und er hat mich aber auch ein das war er muss immer alles kommentieren das Geld kann ein schon auf den Piss gehen ich meine er kann es ja auch mehr er muss ich unbedingt vor drücken um das ganz zu sagen kann das was ich selbst sagen hätte er mehr davon so wo ist ein Hunger wo ist Hunger da da na ja nicht hier ist einfach immer wir schaffen dieses scheiß aus wir schaffen es immer wieder nicht mit dem irgendwo runterfallen muss man kann sein heißt gar kein Tränen jetzt weiß ich mich gemacht nur ganz schnell wegsetzen kann 9 Prozent sein dann noch so ein scheiß Kitten Stimmt der mit dem Punkt, der könnte ja irgendjemand sein Ich könnte mal wieder RTD machen Hoppala, random lag Ach komm Hm, das war mal wieder dämlich Wenn er mich jetzt da findet, ne, dann hat er wirklich einen Halt Aber das glaube ich hier nicht Okay, jetzt erstmal ist safe Ich schieße, wie man es immer wieder schafft Natürlich hätte ich ihn kaputt gemacht, den Sepper So, der andere wird auch noch gesappt Ach, oder? Ach, nur so ein kleines Prozent Noch ein Prozent Seppen und der wäre down gewesen Aber nein, er hat noch meinen Sepper im Wunder bekommen So, Kack, Sniper Ja, natürlich Mann Mann was macht denn da ist der Ort gilt den Dorf und was macht ich weiß dass sie nicht tun das Penser aber das ist natürlich hier kommen nicht hoch so bei Team Rot aber mehr das geht auch so RTD gibt es da irgendwas schönes nee da hat einer noch ein Fahrspeed gerollt da muss ich halt noch jetzt warten Pairos überall nein 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 manche wieder aufladen da war ich mehr Mantel wenn ich schon aus dem Spawn gehe gegen diesen Fall und ja T-Ball 2 ist nicht an Cut mehr leider man kann doch nicht mehr an Cut machen weil man diese ganze Partikel von Blut und so nicht mehr ändern kann also irgendwie so gesichert worden ja ist ganz schön hier kämpfen sie es alle ne aber untergehend gibt niemand ganz schönes stehe up alert the control point alert our control point is being captured Bildung geschenkt Mantel wieder aufladen Hmm So Hmm Hmm Okay Okay, der Pyro machen wir ganz gut Naja Aber trotzdem campen die da wie die Sau, ja? Und zwar alle Ja, ne, ist klar Weichst den aus und dann begebst du ihn gleich wieder Ah, ich hasse Pyros Ich hab immer so So viel Pech bei dir, ne? Ist unfassbar Natürlich Natürlich Ja, natürlich Pyro Meinst du, dass ich... Ah Ganz ehrlich Ich würd den Professor verbannen Aber das mach ich natürlich nicht Ähm Ich ja gar keinen Grund mach Herz, Maul, Scheiß, Kitty Nein, halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Nein! No one speak Italiano So Ich versuche mein Glück nochmal Ja Dann kommt wieder eine Schreibkonti das ist mein Glück nochmal mit RTD und Böse okay ich bin unsichtbar MNB okay jetzt kann man wieder sehen naja war aber auf jeden Fall erfolgreich so eine Runde mache ich noch wenn man mit mir war als Paul wo ist der Typ der ersten Mal Samuels da letzte Runde wenn ich noch mal sterb wenn ich die Aufnahme ja schießt drauf ich ziehe auf den Zepa es wird bestimmt viel bringen ich liebe ich mich nicht nur ich wissen wenn sie wieder abkriegt ja und hinter mir natürlich auch ich hasse so sehr kann ich euch sagen ich hatte nicht mehr irgendjemand schon sehr vor allem für Marcel Pei ich band euch so sehr ne das meint aber ich lasse mir da was gutes einfallen kann der mal ganz kurz Prozent auf eine andere Klasse wechseln ist ja nicht so dass ich nur das Beispiel da gefällt mir irgendjemand von hier von euch meint ihr müsst mich jetzt extra nerven kommt ja auch ich bin sie gestorben ich wollte die auf einem brechen aber egal immer noch noch mal egal weißen wie scheißen die und sie der Payer oder Payer aber okay ich lass es jetzt ich hab genug von dem Teil ist okay wird dann wie sagen sie man es beim nächsten bei nächsten äh die war zwei spontan aufnahme und ja bis dann sage ich tschüss und bye bye bis nächstes mal auf lo